Komm runter. Komm, hier ist Ei. Heute mal auf dem Rasen. Komm. Ach, die sind so schön. Na, ob sie sich trauen, ist die zweite Frage. Komm ja schon recht nah. Ja, man muss halt geduldig sein. Meine Täubchen sind natürlich auch draußen. Haben hier einen Spaß im Regen. Ja. Auf dem Stuhl. Süß. Die andere ist da. Süß sind die. Hey, ich habe nichts in die Schale gelegt. Doch, da habe ich Nüsse reingelegt. Stimmt. Sonnenblumenkerne. Okay. Die Eier liegen heute auf dem Rasen. Ich habe es ihnen ja gezeigt. Schauen wir mal. So, dass wir das verstanden haben. Die sind ja eigentlich sehr schlau. Aber es kann ja sein, dass ich einfach zu nah sitze. Im Regen. Auf dem nassen Boden. Dass man nicht alles tut. Für die schönen Momente mit den Tieren. Das ist schon toll. Die sind aber auch hübsch. Ich denke mal, die haben die Eier gesehen. Ja. Ich komme immer ein Stück näher. Das ist so schön. Die holen sich bestimmt jetzt die Eier. Ja. Obwohl ich ihr so nah bin. So süß. Aha. Ja, wie süß. Die sind so gewaltig groß. Die Gänsehaut. Ich krieg jetzt auch nicht. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. 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 Banzi. Ss. Das sind seitliche Tänze. Super. Ja. Mhm. Hier essen oder mitnehmen. Hier essen. Wow. Es wird geteilt. Mein Gott sind hier. Es lohnt sich hier im Regen sitzen zu bleiben. Traumhaft. Ja. 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 So süß, verdammt edel, ist nicht ganz nass. Schnell aus meiner, niedlich, schnell von mir weg. Die fliegen bestimmt jetzt los, eins haben sie hier genascht und eins wird mitgenommen. Gut, dann mache ich wieder aus, übrigens die Nina hat auch die ganze Zeit zugeschaut, total süß, schön war das, jetzt bin ich ganz schön nass und gehe mal rein.